Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns hierher geführt hast, damit wir dein Wort studieren können und wir sehen können, was in deiner Gemeinde heutzutage passiert. Danke für deine Segnungen. Bitte bleibe bei uns jetzt. Gib uns deinen Heiligen Geist. Lass ihn das Wort Gottes in unser Gedächtnis zurückrufen. Bleibe bei uns, das bitten wir. In Jesu Namen und um seines Willen. Amen. Schlagt eure Bibeln auf mit mir zum 1. Samuel, Kapitel 15. 1. Samuel, Kapitel 15. Sorry. Das tut mir leid. In 1. Samuel, Kapitel 15. Im 1. Samuel, Kapitel 15. Bevor ich mit euch zur 1. Samuel 15 gehe, möchte ich, dass ihr euch an gestern erinnert. Welchen Bibeltext, und das richtet sich jetzt an alle jungen Menschen von 10 bis 102, Welchen Bibeltext habt ihr gehabt, der über den Gottesdienst im Tempel Gottes gesprochen hat? Und wer diesen Gottesdienst durchgeführt hat, in den Tempel. Das ist sehr wichtig. Welchen Bibeltext habt ihr da gehabt? 1. Samuel 18, Vers 6. Okay, aber das ist nicht derjenige, den wir wollen. Aber ich möchte erst den, der mit dem Heiligtum, ähm, ähm... Müsst ihr euch daran erinnern können, an den Text, wo etwas über den Dienst im Tempel und den Dienst außerhalb des Tempels geschrieben steht. 1. Chronicles 15, Vers 16. So, everybody turn there with me. I want you to see the distinction one more time. In 1. Chroniker 15, Vers 16. Und ich möchte, dass ihr das nochmal aufschlagt. Ich möchte, dass ihr den Unterschied seht. In 1. Chronicles 15, Vers 16. In 1. Chroniker 15, Vers 16. And David spake to the chief of the Levites. Und David befall den obersten der Leviten. Dass sie ihre Brüder, die Sänger, bestellen sollten mit Saitenspielen. Ja, mit Saitenspielen. Mit Psaltern. Und Harps. Und Harfen. Und hellen Zimbeln. Sounding. Dass sie laut sängen. Und mit Freuden. Now, yesterday, we went over Lottie's text, but I just want to review with you. What is not mentioned in this text? What instruments are not mentioned in this text? Und ich möchte nochmal mit euch darüber nachdenken, was wird in diesem Text nicht genannt. Und zwar Trommeln. Trommeln. Zimbeln. Or Tambourine. Oder Tambourine. None of these symbols, none of these instruments are mentioned as part of the worship that goes on in the temple service. Keines dieser drei Instrumente wird genannt, wenn es darum geht, und davon gesprochen wird, um den Dienst im Tempel. That would be conducted by the Levites. Der von den Leviten durchgeführt wurde. Now, let's go again. What was another Bible test? Give me one more. I want two on this one, and then we want two on that one. I want the one that talks about how David had received instruction with the help of the prophet. Okay, ich möchte... All right, good. Okay, wait. Ich möchte noch einige andere Verse von euch hören. Welche Verse kennt ihr noch? Der darüber spricht, dass David Anweisungen erhalten hat durch... By the... Instructed by the prophet. ...by Anweisungen durch die Propheten erhalten hat. Second Chronicles, what? Zweite Chroniker was? Welcher? 9, 29. Second Chronicles 29, 25. Zweite Chroniker 29, Vers 25. Now, remember, we gave more than two texts, but I'm just reviewing with you right quick. Ich habe euch mehr Texte gegeben, aber ich möchte das noch mal kurz mit euch Revue passieren lassen. Now, the Bible says, and he set the Levites in the house of the Lord. Und er stellte die Leviten auf im Hause des Herrn. Mit Zimbeln, mit Psaltern, mit Harpen, und mit Harpen, wie es David befohlen hatte. Und Gott, der Seher des Königs, und Nathan, der Prophet, und der Prophet, Nathan. Denn es war das Herrngebot durch seine Propheten. Nun, noch einmal. Wer hat die Ordnung festgesetzt über den Lobpreis, der im Tempel stattfinden sollte? David hat den Lobpreis festgelegt, aber wer hat die Anweisung dazu gegeben? Es war Gad, der Seher, und Nathan, der Prophet. Aber sie wurden vom Herrn angewiesen, wie der Lobpreis stattfinden sollte. Jetzt erinnert euch. Jeden Text, über den wir reden, über den Dienst im Tempel, den Lobpreis im Tempel. Keiner der Tempeldienste haben Tambourines oder Zimbeln und was wir heutzutage Trommeln nennen, oder Schlagzeug. Gott hat seine Anbetung als so heilig angesehen, sodass diese Instrumente nicht erlaubt waren in dem Dienst und sie wurden nicht einmal erwähnt. Und ich möchte jetzt ganz schnell nochmal zwei Verse anschauen von all my young people, 10-102 Noch einmal Ich möchte von unseren jungen Leuten wissen, wo der Text steht, dass die Israeliten Trommeln und Schlagzeug verwendet haben. Jetzt haben wir 1. Samuel 18, Vers 6 1. Samuel 1. Samuel 18, Vers 6 18, Vers 6 Wer sagt das in der Bibel? Er sagt das in der Bibel Er sagt das in der Bibel Es begab sich aber Als David zurückkam von dem Sieg über die Philister Dass die Frauen aus allen Städten Israels herausgingen Of Israel Singing and dancing Mit Gesang und Reigen To meet the king Dem König Saul entgegen With tabards Unterjauchzen und mit Taukeln Mit jauchzen Und mit instrumenteller Musik Wird da gesagt, hier in meiner Deutschen steht, mit Zimbeln Now, when did they come out And have these tabards And these instruments of music and dancing? Wann sind sie herausgekommen Mit dem Mit dem Schlagzeug und mit dem Tanzen und der instrumentellen Musik? What was the occasion? Was war die Gelegenheit? After Israel had victory over an enemy Und zwar war das die Gelegenheit Dass Israel über einen Feind gesiegt hatte And remember When the Jews came out When Israel came out With their tabards And tambourines Und wenn Und als Israel mit ihren Trommeln und Tambourinen herauskam They were not in a 2-4-B Da waren sie nicht in einem 2-4-Takt You ever seen You ever hear Jewish music? Habt ihr schon mal jüdische Musik gehört? How does it go? Wie geht die? Does it go like this? Oder is it Like a little skip But you know You ever seen it? Habt ihr das schon gesehen? So you gotta remember Even though they used Tambours And drums Or tambourines They did not use them In a 2-4-Takt Haben sie sie nicht In einem 2-4-Takt verwendet Even though they were Celebrating a victory And were dancing And that dancing was more like A skipping It wasn't a sensual dance Like we think of dancing Da sind sie hinausgekommen Haben getanzt Und haben sich gefreut Und es war Nicht so ein Tanz Den wir heute kennen Kein sinnlicher Tanz Sondern Ja Eine andere Art von Tanzen And it was always On the occasion Of a Victory That was won Und es war immer Zur Gelegenheit Eines Sieges Über den Feind Alright What's the next What's the What's the The one The famous one In Exodus Give me the one In Exodus Where Where is it at? Bekannten Text In 2. Mose Exodus 15 19 and 20 In 2. Mose 15 19 and 20 Exodus 15 Won't you see this One more time In 2. Mose 15 I'm trying to make This distinction So that when we go As we go here You'll see what we're Talking about Ich möchte Das Ich möchte den Unterschied Klar machen So dass ihr seht Worüber wir reden Wenn wir weiter gehen The Bible says Der Bibel Steht Okay verse 20 In Vers 20 And Miriam The prophetess The sister of Aaron Dann haben Miriam Die prophetin Aarons Die prophetin Aarons Schwester A temble A temble In her hand Now Why did she take This temble In her hand They're celebrating Some watch now Dann haben sie Eine pauke in ihre Hand Und warum nimmt sie das Aber schaut jetzt Was passiert And all the women Went out After her With tembles And with dances Und alle Frauen Folgten ihr nach Mit Pauken Und dem Reigen Und sie haben dort auch getanzt Steht im Englischen Und Miriam sang ihnen vor Lasst uns dem Herrn singen Denn er hat eine herrliche Tat getan Ross und Mann Hatte ins Meer gestürzt Und als sie wieder Die Tambourine Gespielt haben Or Tambourines Ja Oder Ja Diese Instrumente eben Dann haben sie sie Wiederum nicht In einem Zweiviertel Takt Rhythmus Gespielt Und das ist der Punkt Den ich rüberbringen möchte Sie haben immer noch Den korrekten Rhythmus Beibehalten Rhythm und Sequenz Of Sound Wenn Sie das so machen wollen Ja Die haben immer noch Den korrekten Rhythmus Und Reihenfolge Des Beibehalten Und so Wenn jemand also zu euch kommt Und sagt Well Psalms 150 Und sagt ja im Psalm 150 Says this Turn with me to Psalms 150 Right quick Da steht das Schlag mit mir schnell Diese Stelle auf Wenn jemand in the church Comes Trying to defend The fact Why they should play The trap set Or the drums In the church Wenn jemand aus der Gemeinde Kommt und Versucht zu verteidigen Warum wir diese Art von Musik In unsere Gemeinde bringen sollten The bible says Praise ye the lord Da sagt die bibel In Psalm 105 Danket dem herrn Und rufet an Seinen namen Praise him in the Furnament of his power Verse 1 Yeah okay That's different Than mine Danket dem herrn Rufet an sein namen Und verkündigt sein tun Unter den völkern Also im englischen steht Preist ihn in seinem heiligtum Und preist ihn unter den völkern You're going to get a king james Yeah Verse 2 Praise him in the mighty act Praise him for his mighty acts Praise him according to the Excellent of his Excellent greatness Da steht Lobt ihn für seine Mächtigen taten Lobt ihn Seinen Seiner Exzellenten Größe Zufolge Now I want you to notice Two things Right quick I want you to mark Verse 3 4 and 5 Because if you're reading this But you haven't read The history of Israel's How they worshipped God When they had victory in battle And how they worshipped him In the temple Denn wenn ihr das lest Ohne das Wissen Darüber wie sie Wie die Israeliten Damals Gott gepreist haben Und gelobt haben Wenn sie eine Siegerung haben Oder wie sie Gott gelobt haben Im Tempel You will take This chapter Out of context Dann werdet ihr dieses Kapitel Aus dem Kontext herausnehmen Because verse 3 says Praise him with the sound Of the trumpet Denn in Vers 3 sagt es Lobt ihn mit dem Mit dem Mit dem Blasen der Trompete Praise him with the South Street Lobt ihn mit Psaltern And Harf Und Harf Stop Stop Where Did they praise God With the Trumpet Wo haben sie Gott Mit der Trompete Gelobt Mit dem Salter And with the Harf Where Was that Worship Seen Wo wurde Gott so Angebetet That worship Of praise Was in the Tempel Dieser Lobpreis Fand im Tempel Start Right quick Verse 4 Praise him With the Timber Lobt ihn Mit Mit dem Ja Mit den Zimbeln And dance Praise him With the String Instruments Lobt ihn Mit den Streich Instrumenten And Organs Und Den Blas Instrumenten Stop Stop Where Did we Read That they Praise God With the Timbrel And with the Dance In In the Temple Wo lesen Wir Dass das Volk Israel Gott Gelobt Hat Mit Den Zimbeln Und Mit dem Tanz Im Tempel Nein Es war Außerhalb des Tempels Und Sogar Wenn sie Zimbeln Und Tanz Verwendet Haben Da haben Sie Nicht Nach Einen Zwei Vier Rhythmus Getanzt Plus It was Played When They Got Victory Over Their Enemies Und Es Fand Nur Start Wenn Sie Siegerungen Haben Über Ihre Feinde Und When You Go To The Last One Verse Five Praise Him With The Loud Symbols Praise Him Upon The High Sounding Symbols Lobt Ihn Mit Euren Lauten Symboln Und Lobt Ihn Mit Den Sehr Lauten Symboln When You Go There Again That Where Where Were Those Symbols Being Played Mostly In The Worship Of The Tabernacle In The Church So I Want To Make That Clear Because I Want To Find Out What Is It Why Is It Now All A Sudden That Adventists Have To Have All This Type Of Drums And Music Type Celebrations In Order To Have A Good Time Supposedly In Church Warum Ich möchte Dass Ihr Das Versteht Warum Müssen Wir Als Warum Muss Die Advent Gemeinde Diese Art Musik Hinein Bringen Um Eine Gute Zeit Zu Haben In Ausgewählte Botschaften Seite 36 Paragraph 2 The Spirit Prophecy Says The Things You Have Described As Taking Place In Indiana The Lord Has Shown Me Will Take Place Just Before Probation Closes The Close Of Probation Every Uncouth Thing Will Be Demonstrated There Will Be Shouting With Drums Music And Dancing The Senses Of Rational Beings Will Become So Confused That They Cannot Be Trusted To Make Right Decisions Now We Talked About A lot Of This Yesterday First Of All She's Talking About A Group Of Adventists Who Decided To Have Worship Services The Same Like The Salvation Army As In Haskell Elder Haskell Is Writing To Ellen White To Ellen White Telling Her About The Service That's Going On In The Church In Indiana Haskell Says They Are As Much Trained In Their Musical Line As Any Salvation Army Choir Und Er Sagt Die Sind So Aus Ausgebildet In Ihren Musik 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 Reihen Wie In Der Rettungs Armee Wie In dem Chor Der Rettungs Armee She He Says In Fact Their Revival Their Revival Effort Is Simply A Complete Copy Of The Salvation Army Method And When They Get On High Key And When They Get High Key What Is High Key Mean When They Get A High Beat Okay And When They To A Rhythm You Can Not Hear A Word From The Congregation In Their Singing Nor Hear Anything Unless It Be Shrieks Or Screams Or Hollering Of Those Who Are Half Insane Von Denen Die Halb Verrückt Schon Sind I Do Not Overdraw It At All I Do Not Exaggerate At All Remember The Main Points Of This Experience That Haskell Is Talking About They Had That Early Adventist Copied Die Frue Adventistische Kopie And Mrs. White Said This Would Be Repeated Before Probation Closed And Schwester White Sagte Das Wird Wiederholt Werden Bevor Die Gnadenzeit Zu Ende Ist Sie Hatten Jede Art Von Instrumenten Sie Mimik The Sunday Worshippers Sie Haben Die Sonntags Anbeter Nach Gemacht Und Sie Behaupteten Dass Sie Eine Heilige Geisterfahrung Gemacht Haben Und Man Kann Das Singen Nicht Heraushören Wegen Der Geräuschkulisse Als Abfall In Israel stattfand War das Volk An Der Schwelle Zum Verheißenen Land Und Die Midianitischen Frauen Über die wir gestern geredet Haben Die Kamen In Das Lager Und Haben Das Volk Zum Abfall gebracht Und Dann wurde Das Volk Zu einem Einfachen Musik Fest Gezogen Gezogen Und Die Leiter Ermutigten Ihre Teilnahme Und Schon Bald Began Israel Den Baal Anzubeten Und Ich frage Euch Haben Wir Diese Erfahrung Heutzutage In unseren Gemeinden Ihr Erinnert Euch Dass Wir Das Gestern Schon Gesehen Haben Wir Werden Da Nicht Nochmal Hingehen Ich Werd Euch Dahin Führen Was Wir Noch Nicht Gesehen Haben Wir Haben Gestern Gesehen Dass Viele unserer Adventistischen Prediger Genau Das Gleiche Gepredigt Haben Wie Die Prediger Der Sonntags Des Ersten Tages Ich Sehe Ein paar Neue Gesichter Deswegen Werde Ich Ganz Kurs Darüber Reden Wir Haben Darüber Geredet Über Diesen Ich Möchte Nur Ganz Kurz Darüber Reden Denn Hier Sind Noch Ein Paar Menschen Die Gestern Noch Nicht Da Waren Ja Jetzt Brauch Musik Hans Peter Aber Schnell Kann Du Ein Adventistischer Sonntags Prediger Das Ein Sonntags Prediger Venis Hörst Ein Adventistischer Little Sound No For The People Need To Hear We Can Barely Hear Hear He Says Jesus Slogan Not Okay You Remember We Talked About The Rules Now Remember This One Ja Ihr Könnt Euch Erinnern Dass Wir Gestern Über Die Regeln Geredet Haben 2-4 Beat Das ist der 2-4 Rhythmus Und Jazz Und Jazz Das ist alles was sie gebraucht haben Dankeschön Alright Okay Ich möchte dass ihr jetzt seht Wir haben Den Lobpreistier Babylons Übernommen In their efforts To reach the people In den Bemühungen Das Volk zu erreichen This is taken from Evangelism Page 508 Das ist vom Buch Evangelism Seite 508 In their efforts To reach the people In den Bemühungen Das Volk zu erreichen The Lord's Messengers Sind Das Herrn Botschafter Wer sind das Herrn Botschafter Wer sind das Herrn Botschafter Wer sind das Herrn Botschafter So he's talking about The Ministers Of the Gospel Adventist Ministers Sie spricht Über die Adventistischen Prediger Die Prediger des Evangeliums The Lord's Messengers Are not To follow The ways Of the World Das Herrn Botschafter Sollen Dürfen Den Weg Der Welt Nicht Folgen In Meetings That Are Held In den Treffen Die Stadt Finden They Are Not To Depend On Worldly Singers Sollen Sie Nicht von Weltlichen Sängern Abhängig Sein And Theatrical Display To Awaken Interest Um Interesse Zu Erwecken False Speaking In Tongues Falsches Sprechen In Zungen It Says Fanaticism False Excitement False Talking In Tongues And Noisy Exercises And Geräuschvolle Übungen Have Been Considered Gifts Which God Has In The Church Fanaticism And Noise Have Been Considered Special Evidences Of Faith Is As Besonderes Beweislagen Des Glaubens Angesehen Wurden Some Are Not Satisfied With A Meeting Unless They Have A Powerful And Happy Time Let's See Lass Lass Us Seen We Have An Issue Here I Will Give You An Example This Is In One Of The First Day Pentecostal Churches This Is Einer Der Ersten Tages Pfingst Gemeinden This Is A Pentecostal Minister Speaking In Unknown Tongue Before We Go Any Further What Does The Bible Say About Speaking In Tongues First Corinthians Chapter 14 Turn With Me There Come On Because You're Only Going To See Him You're To See An Adventist Minister Speaking In Time The Bible Says Listen What It Says Here In Verse 27 If Any Man Speaking In Unknown Tongue Let It Be By What Two Or At The Most By Three And That By Course Let One Interpret But If There Be No Interpreter Let Him Keep Silent In The Church Now Why Did I Show That Because As Adventist Churches Begin To Take On This Celebration Type Worship Service We Will Soon Be Also Taking In The Spirit That Comes With This Service Is It Possible Watch Schaut This Is The Pentecostal Now Here Is An Adventist Service Also Hier Is Jetzt Ein Adventist Gottesdienst The Man Is Speaking Is Barry Black And Der 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 Spricht Das Is Barry Black Keep Listen 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 Let's Look at That One More Kind Right After He Says Lord Save Me Listen So Wait A Minute Wartet Mal The Adventist Minister Is Speaking In Unknown Tongue And Everybody Is Saying Amen When The Bible Says Those Who Speak In Unknown Tongue All To Be What Have An Interpreter And If He Can Interpret The Bible Says He Is To Be Silent And An Unknown Tongue That's Unknown To Angels And To God Ellen White Says And A Fremde Zunge Eine Nicht Gekannte Zunge Das Ist Fremd For The And Therefore She Says It Is A Unmeaning Gibberish Und dann sagt sie, das ist ein bedeutungsloser Kauderwitsch. Okay, let me make sure that that's the only thing on this one. Yes. Okay, that's enough for him. Okay, das ist genug von dem. Alright, let's go to the next one right quick. Glossolalia. In the 19th century, spiritism was developed into a religion. It says a religion of his own, thanks to the work of Allan Kardec. And the phenomenon was seen as one of self-evident manifestations of spirits. Und das Phänomen wurde gesehen als eine selbstverständliche Offenbarung des Geistes. What was spiritualism? Where is spiritism? Was ist spiritismus? Spiritism was based on dialogues. Spiritismus ist auf Dialogen basiert. Established between Kardec Und dem, was er geglaubt hat To be incorporeal beings Was er geglaubt hat, dass es Wesen ohne Körper sein Or souls of deceased people Oder Seelen von schon gestorbenen Menschen So, their speaking in tongues Is based on what? Die, die also in Zungen sprechen Worauf ist das passiert? That they can have visitations Or a communication with the dead Das basiert darauf, dass sie Besuch Oder Kommunikation mit den Toten haben können Mit Dämonen But now If you're going to have these type of services Is it possible for people to become possessed? Ist es also möglich, dass wenn wir solche eine Art von Anbetung haben Dass Menschen besessen werden können? Huh? Let's see Lass uns das nochmal anschauen Let's take a look at something else, right quick Okay, lass mich kurz nochmal das anderes zeigen Ganz schnell Okay Let me see Let me take you here for a moment Okay, lass mich euch das kurz zeigen Let's see what the shaman history had to say about Let's see what the jazz musicians and others had to say about it Lasst uns sehen, was die jazzmusiker und alle anderen noch darüber zu sagen hatten Before I go there Bevor ich dorthin gehe I want to take you to Last Day Events, page 159, paragraph 4 Möchte ich euch zu dem Buch Last Day Events, Seite 159, paragraph 4 mitnehmen It says Und das steht hier It says They work for this end To get up an excitement of feelings Sie arbeiten dafür und bekommen eine aufregende Gefühle Aber der Einfluss solcher Treffen ist nicht von Gutem Wenn das glückliche Gefühl des Fluges vergangen ist Dann sinken sie tiefer als davor Dann sinken sie tiefer als vor dem Treffen Weil das Glück, das sie erfahren haben, nicht aus der richtigen Quelle entstammte Let me take you to some history for a moment Okay, lasst mich euch da ein bisschen Geschichte mitnehmen Ich möchte euch die Geschichte von afrikanischer Musik zeigen He's gone already, äh, again Oh, okay, nice Warte mal Warte mal Es ist die Musik, sagt er Und das Schlagzeug Das Besitzen des Geistes in uns hereinbringt Okay, wir reden hier nicht über die Geschichte Nicht richtig über die Geschichte der Musik Aber über afrikanische Musik Welche das Fundament für Voodoo und für Jazzmusik Und für all diese, äh, auch Gospelmusik ist Let you hear him again One more time, listen You know, it is the music and the drumming Which induces the possession of the spirit And so in a much milder way and limited way That happens when we shout or get happy in our worship services This is, uh, this is a famous Gospel singer, believe it or not Das ist eine ganz berühmte Gospel-Singerin, glaubt's oder nicht Who seems to be a little insane for a moment Und, äh, die sieht so aus, als ob sie gerade für einen Moment ziemlich verrückt ist But, listen carefully The singing Hört euch das mal sehr genau an The screaming Das Singen und Schreien What's wrong with this? What do you hear in there? Was hört ihr darin? Was ist da dran falsch? The drums Die, äh, das Schlagzeug The beat? What type of beat is it? Was ist das für eine Art von Rhythmus? It's a fast 2-4 It's a fast 2-4 I just want you to see Zwei-Viertel-Takt Das ist ein schneller Ja, Rhythmus aus dem Takt heraus That our council is correct The people For the majority of people, they didn't care nothing about that They knew they couldn't embrace a God You couldn't embrace the Creator In other words, when they jump around and get happy with this music In anderen Worten, wenn sie herumhüpfen, um glücklich mit dieser Musik zu werden They believe that they are embracing God Then glauben sie, dass sie Gott umarmen They believe they are embracing the Creator Then glauben sie, dass sie den Schöpf umarmen Now when you go back and you study African history of Voodoo music Und wenn ihr zurückgeht in afrikanische Musik The same rhythm and beat were used Da wurden dieselben Rhythmen und Takte verwendet But they were embracing spirits Aber sie haben Geister In Verbindung mit Geistern getreten The drums was a symbol of communication With the sun god Das Schlagzeug war ein Symbol Um in Verbindung zu treten mit dem Sonnengott And so And then the people would become Possessed by spirits And fall out on the floor Werden die Menschen hier besessen von Geistern Und fallen auf den Boden And this is uncontrollable This is what they call In Voodoo music It's called It's calling Crossing over Und in Voodoo Wird das genannt Crossing over In Rock'n'Roll music In Rock'n'Roll music They had a song called I've been to the crossroads Da gibt es ein Lied Das heißt I've been to the crossroads Das heißt Ich bin an der Kreuzung gewesen The crossroads is where You listen to the music And the music comes to a certain height In rhythm and beat Das heißt Dass wir eine gewisse Musik anhören Und die Musik kommt zu einer gewissen Schnelligkeit und Höhe Where you actually can become possessed By this demonic spirit Wo man von dämonischen Geistern Besessen werden kann And this is what happened With these people Und das ist was mit diesen Menschen passiert ist But now Let me see Let me take you back now for a moment Lasst mich euch noch etwas Zeigen was davor What is motivating these worships We just talked about that Was motiviert diese Art von Anbetung Hier ist schon wieder Ellen White Music is made a snare Die Musik ist eine Falle A Bethlehem a noise Shocks the senses Bethlehem Bethlehem meaning Just confusion of noise Eine Verwirrung von Geräuschen Das schockiert die Sinne Und perverts that Which if conducted aright Might be a blessing Und pervertiert das Was richtig angewendet Ein Segen sein könnte The powers of satanic agencies Blend with the din and noise That you saw a minute ago Die Mächte der Satans Satans Die Mächte von Satans Angestellten Die mischen sich unter mit den What is the din? Den meaning In the circle Or in the box Noise And have a carnival Or festival Um ein Karneval Oder ein Fest zu haben And this is termed The Holy Spirit's working Und das wird Als Arbeit Als Werk Des Heiligen Geistes angesehen People say Because they haven't As good time And all this noise That the Holy Ghost Is in the place Denn die Leute sagen Wenn sie eine gute Zeit haben Mit der Musik Und dass der Heilige Geist Auch in diesem Platz Anwesend ist I am instructed to say Ich bin angewiesen Zu sagen That at these demonstrations Das in diesen Vorführungen What demonstrations? Welche Vorführungen? Like the ones you saw Die, die ihr gerade gesehen habt Now we want to have This in our churches Das werden wir In unserer Gemeinde haben Because we say If we have this in our churches We'll bring more people in Denn wir sagen Wenn wir das in unsere Gemeinde haben Dann werden wir mehr Leute In unsere Gemeinde holen The spirit of the prophet Ellen White says That these At these type of services This Holy Ghost Is not even present Und Ellen White sagt In solcher Art von Anbetung Ist der Heilige Geist Nicht einmal anwesend I am instructed to say That at these demonstrations Demons in the form of men Are present Und ich bin angewiesen Zu sagen Dass in solchen Vorführungen Dämonen in der Gestalt von Menschen Gegenwertig sind Working with all the ingenuity That Satan can employ To make the truth disgusting To sensible people Und what's ingenuity? Ingenuity means With all their mind With all their genius Of talent Of life Okay Die mit ihrer ganzen Intelligenz daran arbeiten Sodass Satan Die Wahrheit Um die Wahrheit So zu verdrehen Sodass sie Abschreckend wird Und einfach Egelhaft Für Für sensible Menschen Okay I want to close you With this point On this topic Ich möchte dieses Thema Jetzt mit diesem Mit diesem Zitat Beschließen Denn ich habe jetzt Keine Zeit mehr Um da weiter Überzureden Wo ist das hergekommen? Wie kam es in unsere Kirche? Warum erlauben wir das? Warum erlauben wir das? Warum bringen wir das vorwärts Überhaupt Lasst mich euch etwas Noch mal zeigen Wie sind wir überhaupt Dahin gekommen? Manche von euch werden jetzt geschockt sein Und manche werden es Aber auch schon wissen Aber ich möchte Dass ihr das versteht Denn die meisten von uns Haben keine Ahnung Wie sind wir hierher gekommen Und wohin gehen wir? The second ecumenical council Of the Vatican Das zweite ecumenische Konzil des Vatikans Or what we call Vatican II Oder was die auch Vatikan Das zweite Vatikanische Konzil nennt Was an ecumenical council Of the Roman Catholic Church Opened under Pope John XXIII Das war ein Ökumenisches Konzil Der römisch-katholischen Kirche Die unter Papst Johannes dem 23. Eröffnet worden ist In 1962 Und es war in 1962 Und wurde abgeschlossen unter Pope Paul VI 1965 In 1965 Throughout these documents Durch diese Dokumente hindurch The emphasis is placed On celebration Da ist die Bedeutung Auf das Feiern With the word celebrate And variance of the word Used over 536 times Da wird die Bedeutung Auf das Wort feiern Und das Wort Ja Die feiern Und feiern Gelegt Und dieses Wort Wird 536 Mal in verschiedenen Varianten Erwähnt Even in the liturgy Sogar in der Literatur This is the constitution Of sacred liturgy In der Geistlichkeit Nein liturgie In den Liedern So ist The church has no wish To impose A rigid uniformity In matters Which do not implicate The faith Of the good Of the whole community Sogar in den Gemeindeliedern Hat die Kirche Kein Wunsch Rigid Rather She Rather Oh you Rigid What is rigid? Rigid Rigid means Uniform meaning To be Okay 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 Exact Hat kein Wunsch Um eine exakte Einheit In diesen Dings Erreichen Welche nicht Den Glauben Oder das Gute Der gesamten Gemeinschaft Implizieren Rather Does she Respect Vielmehr Wird respektiert And foster And fostered A genius Und Wird Des Genie Respektiert Und gefördert And talent Of various races Of people Und die Talente Der verschiedenen Rassen Von Völkern Anything In these People's Way of life Irgend Irgendwas In Alle Dinge In 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 Wegen Lebens Stilen Der Völker Listen This Carefully Which is Not Indissolubly Bound Up With Superstition And Era Welches Nicht Unlösbar Verbunden Ist Mit Aber Glauben Und Irrtum Studiert Sie Also die Kirche Mit Sympathie Und wenn Möglich Erhält Sie Das Ganz Wartet Sie Sagt Dass Die Kultur Der Völker Can Govern Their Services Ihre Gottesdienste Beherrschen Können As Long As It's Not Indissolubly Bound Up With Superstition And Era Wenn Es Nicht Unlösbar Mit Aber Glauben Und Irrtum Verbunden Ist So Is This Where We Get The Idea Where We Say Well You Know The People In Germany They Worship One Way But Black People Worship A Different Way Because Of Our Culture Is Is Da Wo Is Das Wo Wir In Deutschland In Germany Wo Wir In Deutschland Die Idee Her Kriegen Ja Die Schwarzen Die Feiern Die Lobpreisen Auf Diese Art Und Die Weißen Auf Eine And 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 We And Because We As Schwarze Leute Ein Bisschen Mehr Rhythmus Haben Das Is Why There Is A Difference Because Of Our Culture But Let's Stop For A Moment The Gospel Of Jesus Christ Transcends Culture Das Evangelium Jesu Christi Transcends Overrides Culture Okay Steht Über Der Kultur Therefore We Are Not We Are Not Always Obligated Continue To Follow Our Culture After We've Come To A Knowledge Of Jesus Christ Many Times Our Culture Has To Die Deswegen Sind Wir Nicht Verpflichtet Unser Kultur Zu Folgen Wenn Jesus Christus Kennengelernt Haben Viele Male Ist Es Sogar So Dass Unsere Kultur Sterben Muss Und So We Find Dass Diese Dinge Okay Lass Uns Mal Dieses Interview Kurz Anhören Und Dann Werde Ich Mit Meinen Jungen Leuten Hier Beginnen Mit ihrer Bibel Aber Ich Will Lassen Lassen I Want To Listen To What The Shamans Say About The Voodoo Drums Was Schaman Says Sagt Über Die Voodoo Trommeln And Africans Und Die Afrikaner Just Give Us The Rhythm Just Give Us An Example First And Maybe You Want To Describe A Little Bit More About It All Right That's A Complex Rhythm So Joe What Attracts You To This Rhythm And What Was It That Made You Say We're Going To Use That In A Song When We Did In Cuba And Got With One The Guy That Was Teaching Us This There Are Three Drummers There We're All Playing Drums That Have Two Different Tones The The Heads Are Different Sizes On Each Drum And The Drums Are Different Sizes So We've Adapted This Down Today To The Essence Of That Rhythm Once We Got Back To The Stage And Listen To Recordings We That Rhythm Well Why Don't We Hear How You've Adapted It Let's Hear The Song Maria Santeria Complex Rhythms With Deep Sounding Bass With A Tief Tiefen Bass Now Suddenly You Have Jazz Now Jetzt You Hear What He Say Hear What He Say So Anyway That's An Example Of How We Took A Field Recording And Used An Ancient Primary Rhythm As A Foundation To Create A Modern Composition Did You Hear What He Say We Have Contemporary Recording Contemporary Recording Contemporary Eine Weltliche Conte Eine Weltliche Aufnahme And We Took An Ancient Complex Rhythm Und Wir Haben Eine Alten Komplexen Rhythmus Aufgenommen Und When You Hear It In The Field You Are Hearing Multiple Drummers Many Drummers At A Time Playing 4 4 6 8 And Maybe Other Rhythms Even On Top Of That Interlaced With It Yeah Well That's Why You Know The The Main Reason For That Is That Those Rhythms Pull Down The Gods Or The Orishas What He Said The Main Reason Is Those Rhythms Pull Down The What The Gods What Gods Holy Ghost Or The Devil And His Angels So This Is Why When You In A Car Was A Adventist And They Get Jazz Playing Like That You Better Ask Them Please Turn It Off Then Fragte Sie If You Can You Turn It Off While I In The Car With You And If You You Can In The To And If They You Can Say Well You Know Because If You Really Understand What You Listen You Know Every Time You Cut On That Radio Dem Get In The Car And When So Später Fragen Können Sagen Hey Wenn Ihr Jedes Mal Wenn Ihr Das Hört Dann Kommen Dämonen Die Ins Auto Mit Euch Einsteigen Und Jetzt Hört Euch Das Noch An Sie Rufen Die Götter Runter Oder Diese Dämonischen Mächte Und Diese Dämonischen Mächte Die werden In den Tänzen Ausgedrückt Das Was Er Sagt Das Was Sagt Die Spirit Deities Und Have Them Speak To The And There Is A Specific Rhythm To Call Each Of These Deities Exactly And And That Samp Rhythm That Will Call Down Each Of These Deities Deity Deity Or Demonic Power Okay Das Sind Spezielle Rhythmen Die Eben Diese Götter Und Dämonen Runter Holen Kandomble And Voodoo And Also Garifuna The People On The Coast Of Belize They Have Their Own System Or Pantheon That They Call Garifuna Exactly It All Goes Back To West African Religion You Know Yoruba And Other Ethnic Groups Goes Back To West African Religion Es Geht Zurück Zu Afrikanischen Religion And Other Ethnic Groups Und Afrikanischen Gruppen Wo sie Geister Und Dämonen Rufen Wir sehen hier also Wenn wir das jetzt abschließen Ellen White sagt dass so weit reichen wie die katholische Kirche ist so weit reichen ihre Pläne und Arten von Operation sind Wir haben gestern herausgefunden dass es nur einen Platz in der USA gab wo sie erlaubt haben dass Voodoo und Jazz und all diese Dinge hineingekommen sind at time Ellen White wrote about the drums coming into the church in the 1800s geschrieben hat dass diese Dinge in die Gemeinde hereinkommen werden hat keine einzige evangelische Kirche diese Schlagzeug in der Gemeinde erlaubt und als sie diese Warnung geschrieben hat in the 1800s only one place even had this type of music or drumming going on and that was Louisiana which was a French colony but it was catholic in religion es war eine französische kolonie aber das war hatte die religion der katholiken Ellen White sagt über die römisch katholische Kirche dass sie jedes Mittel verwendet um ihren Einfluss zu vergrößern und um ihre Macht zu vergrößern in der Vorbereitung auf einen Kampf und einen entscheidenden Konflikt um die Kontrolle über die Welt zurück zu gewinnen und die Verfolgung zurück zu holen und alles zu widerrufen was der Protestantismus gesagt hat und in einer anderen Weise scheint sie auch erfolgreich zu sein ist wenn sie watch the Protestant churches bring in this type of Celebration music und dieser Weg ist wenn sie sieht wie die Protestanten diese Art von Musik in ihre Gemeinden bringen Wo führt diese Art von Feier Musik hin Das ist ein kurzes Konzept des päpstlichen Plans Das ist das Institut des ekumenischen Bewegung der ekumenischen Bewegung Promote worship styles of the of an emphasis with an emphasis on Celebration Das ist ein Lobpreis Ziel mit der Bedeutung Betonung auf Feiern zu legen den Sonntags Dienst zu ermutigen und sie warten geduldig bis die Brüder zur Mutter Gemeinde zur Mutter Kirche zurück 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 kehren Die katholische Kirche wartet für uns und all die anderen Protestanten zu kommen sie ist sehr zuversichtlich dass wir das tun werden und zwar wegen dem Stil der Anbetung den wir in unsere Kirchen hineinbringen denn ich muss jetzt aufhören denn ich muss jetzt erst noch eure Bibelferser abfragen lasst uns beten Father Father Himmel thank Danke für deine vielen Segnungen. Bitte hilf uns, dass wir das verstehen. Um unsere Brüder zu warnen. Und sie zur Wahrheit zu führen. Und damit wir Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Sei mit uns, wenn wir jetzt über die Bibelferse gehen. In Jesu Namen und um seinet Willen. Amen.